Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Rahmen in unserer Vortragsreihe Mathematik verstehen und anwenden. Mein heutiger Gast ist Robert Schüttke von der privaten pädagogischen Hochschule Augustinum. Herzlich willkommen. Professor Schüttke hat an der Karl-Franzens-Universität Graz studiert und dort auch 2016 in theoretischer Physik promoviert, bevor er dann an die private pädagogische Hochschule Graz als Professor für Mathematik-Didaktik der Primarstufe gekommen ist, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lektor an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Im Oktober 2022 hat er die Hochschulprofessur für Mathematik-Didaktik der Primarstufe an der PPH Augustinum angetreten. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Didaktik der Größen- und Maßeinheiten und das ist auch das Stichwort für den heutigen Vortrag. Es wird um die Größen im Alltag gehen. Wir sind schon sehr gespannt und damit freue ich mich auf den Vortrag. Im Anschluss darf ich jetzt schon einladen, Fragen via Chat zu stellen, die wir dann gerne auch beantworten werden. Größen und Einheiten sind allgegenwärtig, wie uns dieses Video der Deutschen Physikalischen Bundesanstalt anschaulich zeigt. Nur allzu bewusst wird uns das an kalten Wintertagen beim Blick auf das Außenthermometer oder beim Blick auf die Körperwaage nach den Weihnachtsfeiertagen. Die Subjektivität der Zeitwahrnehmung erleben wir in einem nicht enden wollenden Mathe-Video genauso wie die Relevanz der nichtphysikalischen Größe Geld bei der ungläubigen Betrachtung unserer monatlichen Kontoauszüge. Und damit hallo und herzlich willkommen bei diesem Video über Größen und Einheiten. Mein Name ist Robert Schütke und ich werde euch heute etwas über dieses wichtige Bindeglied zwischen der abstrakten Welt der Mathematik und der realen Welt erzählen. Auch im Berufsalltag sind Größen und Einheiten nicht wegzudenken. In einer Umfrage unter starischen Betrieben aller Berufskluster beispielsweise wurden Anforderungen beim Berufseinstieg erhoben. Die Ergebnisse siehst du auf diesem Diagramm grafisch dargestellt. Jeder Ring steht dabei für einen Berufskluster. Der äußerste zum Beispiel für kaufmännische Berufe, der innerste für Gewerbe und Handwerk. Die Farben kurzieren die Kompetenzen nach ihrer Wichtigkeit. Rot markierte sind sehr wichtig, violette wichtig, grüne weniger wichtig und graue nicht wichtig. Im ersten Kreissegment rechts oben sind die persönlichen Kompetenzen aufgelistet, wie zum Beispiel Motivation oder Genauigkeit. Diese Eigenschaften werden fast durchwegs in allen Berufsklustern als sehr wichtig erachtet. Dies gilt auch für die sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Kooperationsbereitschaft im zweiten Kreissegment. Auch hier dominiert klar die Farbe rot. Sehr viel bunter wird das Bild dann allerdings, wenn schulische Inhalte betrachtet werden. Hier aus den Bereichen Mathematik, Deutsch, IKT und Englisch. Vor allem im Mathematiksegment findet man auch viele grüne und graue Felder bei Inhaltsbereichen, die wenig oder gar keine berufliche Relevanz haben. Betrachten wir das Mathematiksegment genauer, fällt auf, dass es sogar nur einen einzigen Bereich gibt, der über alle Berufskluster hinweg als sehr wichtig erachtet wird. Und das sind die Maßeinheiten. Diese werden dicht gefolgt vom Schätzen, wofür Größenvorstellungen die Grundlage bilden. Kurz gesagt, sich mit Größen und Einheiten zu beschäftigen, zahlt sich sicherlich aus, auch im Hinblick auf den späteren Berufseinstieg. Mit Größen und Einheiten geht es um in diesem Video etwas, das sowohl interessant als auch gut zu wissen ist. Ganz egal, in welchem Berufsfeld du später einmal arbeiten wirst, praktisch überall wirst du mit Messgrößen zu tun haben und es wird sich sicher auszahlen, darüber gut Bescheid zu wissen, wie auch die folgende Geschichte verdeutlicht. Im Dezember 1998 startete der Mars Climate Orbiter der NASA mit dem Ziel, das Marsklima zu untersuchen. Am 23. September 1999 erreichte die Sonde den Mars und startete ihr Triebwerk, um von der Mars Gravitation eingefangen zu werden. Doch als die Sonde nach dem Abbremsmanöver wieder aus dem Funkschatten des Mars ausgetreten sein sollte, konnte kein Kontakt mehr hergestellt werden. Die Untersuchungskommission fand schnell den Grund für den Verlust der Sonde. Die Telemetriedaten ergaben, dass sich der Mars Climate Orbiter viel zu sehr dem Mars angenähert hatte und dieser aufgrund der Reibungshitze in der Marsatmosphäre zerstört wurde. Die Ursache für diesen Navigationsfehler war ebenfalls bald ermittelt. Während die NASA den Impuls im internationalen Einheitensystem mit metrischen Einheiten berechnet hatte, wurde die Navigationssystem des amerikanischen Herstellers im imperialen Einheitensystem ausgelegt. Durch die unterschiedlichen Einheiten wurde der Kurs des Orbiters jedoch überkorrigiert und er dadurch viel zu nah an dem Mars herangeführt, was zu seinem Verlust und einem Scheitern der mehrere hundert Millionen Dollar Mission führte. Das Problem lag also in der Verwendung unterschiedlicher Einheitensysteme. Doch wie kommt es überhaupt zu diesen Einheitensystemen? Die Ursprünge des auch bei uns verwendeten weltweit gebräuchlichen Einheitensystems, des internationalen Einheitensystems, abgekürzt SI, liegen in der Französischen Revolution. Nach dem politischen Umsturz machte man sich an die Arbeit, die große Anzahl der unterschiedlich in Verwendung befindlichen Einheitensysteme durch ein neues, vereinheitlichtes Einheitensystem zu ersetzen. 1790 erhielt die Französische Akademie der Wissenschaften von der Französischen Nationalversammlung den Auftrag, ein einheitliches Einheitensystem zu entwerfen. Sie folgte dabei den Prinzipien, die Grundeinheiten aus naturgegebenen Größen abzuleiten und alle anderen Einheiten darauf zurückzuführen. Weiter sollten die an Einheiten dezimal vervielfacht und unterteilt werden, also ein Meter aus zehn Dezimetern und ein Dezimeter aus zehn Zentimetern bestehen. Bei den amerikanischen Längeneinheiten ist das beispielsweise nicht der Fall. So besteht die amerikanische Längeneinheit Yard aus drei Fuß und ein Fuß aus zwölf Zoll, was Umrechnungen erheblich verkompliziert. Als Grundeinheiten wurden damals gewählt, der Meter als zehnmillionster Teil des Erdmeridianquadranten und das spätere Kilogramm als Masse von einem Kubikdezimeter reinem Wasser bei maximaler Dichte, also circa vier Grad Celsius. Auch die Einheiten für die Zeit wurden in der Französischen Revolutionskalender reformiert. So ersetzte man die Woche durch eine zehntägige Dekade und der Tag wurde in zehn Stunden zu je 100 Minuten a 100 Sekunden eingeteilt. Letztlich konnte sich das Dezimalsystem bei der Zeit aber nicht durchsetzen. Als Maßverkörperungen für den Meter bzw. das Kilogramm wurde dann im Laufe der Jahre das Urmeter und der Urkilogramm angefertigt. Prototypen aus einer Platin-Iridium-Legierung. Kurioseste Teil am Rande, während der Platin-Iridium-Zylinder für das Urkilogramm genau ein Kilogramm wiegt, ist der Metallstab für den Urmeter 102 Zentimeter lang. Hast du eine Idee, warum das so ist? Ein kleiner Tipp, es geht dabei um die Vervielfältigung des Urmeters, also darum, wie man Kopien davon herstellen kann und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben können. Dass sich durch die Verwendung dieser Prototypen-Messungenauigkeiten ergeben und die Prototypen mit den Jahren auch leider nicht konstant blieben, so verlor das Urkilogramm in 100 Jahren etwa 50 Mikrogramm an Masse, ging man dazu über, alle Basiseinheiten auf physikalische Naturkonstanten zurückzuführen. Dies bedeutet, dass man grundsätzlich immer und überall durch physikalische Experimente die Basiseinheiten neu messen kann. Den Meter zum Beispiel, in dem man ihn mit der Lichtgeschwindigkeit in Verbindung bringt. Ein Meter ist in etwa der Weg, den ein Lichtstrahl im Vakuum im 300-millionsten Bruchteil einer Sekunde zurücklegt. Oder das Kilogramm über die Herstellung einer Kugel aus hochreinem Silizium mit einem Durchmesser von etwa 93,7 Millimetern. Die sieben Basiseinheiten, die übrigens aus rein praktischen Gründen so gewählt wurden und so festgelegt sind, dass sie nicht durch andere Basiseinheiten ausgedrückt werden können, werden seit dem Jahr 2019 durch noch Durkonstanten und zum Teil aus Konvention feste Werte zugewiesen. Alle anderen SI-Einheiten werden von diesen Basiseinheiten abgeleitet. Beispielsweise ist die Einheit der Geschwindigkeit Meter pro Sekunde. Die Einheit der Masse ist das Kilogramm und wird auf das Planck'sche Wirkungsquantum zurückgeführt. Die Länge wird in Metern gemessen und ist mit der Lichtgeschwindigkeit verknüpft. Die Einheit der Zeit ist die Sekunde und leitet sich von der Periodendauer der Strahlung eines Cesiumnucleids ab. Die Stromstärke wird in Ampere angegeben und über die Elementarladung definiert. Die Temperatur in Kelvin ist mit der Boltzmann-Konstante verbunden. Die Stoffmenge in Mohl mit der Avogadokonstanten und die Lichtstärke in Candela mit dem fotometrischen Strahlungsequivalent. Obwohl das internationale Einheitensystem in den meisten Industrieländern in Gebrauch und für den amtlichen und geschäftlichen Verkehr so gesetzlich vorgeschrieben ist – eine prominente Ausnahme hiervon bilden die USA – begegnen uns im Alltag auch Einheiten des angloamerikanischen Einheitensystems. Ein Beispiel hierfür ist die Angabe von Bildschirmdiagonalen in Zoll. Kommen wir nun zum mathematischen Kern, dem Messprozess. Messen ist viel mehr als nur das Ablesen eines Wertes auf einer Skala, auch wenn es oft letztendlich lediglich darauf hinausläuft. Dahinter steckt ein Aspekt der Division, den wir in der Grundschule kennenlernen, nämlich die Frage, wie oft eine kleinere Einheit in einer größeren Einheit Platz hat. Ganz konkret bedeutet das, dass man einen weiteren Gegenstand als Messgerät verwendet, um zum Beispiel die Länge zu bestimmen. Im ersten Schritt muss das nicht einmal ein standardisiertes Längermass sein. Ein Bleistift genügt schon, um einen Holzbalken zu vermessen. Passt ein Bleistift fünfmal in die Länge eines Holzbalkens, hat man seine Länge gemessen. Er ist fünf Bleistifte lang. Selbstverständlich ist die Messung mit einem nicht-standardisierten Messinstrument wie einem Bleistift, der im Laufe der Zeit seine Länge durch regelmäßiges Anspitzen ändert, auf die Dauer nicht praktikabel. Deswegen hat man sich ja auf die standardisierten Maßeinheiten geeinigt und misst die Länge in Zentimetern. Das Prinzip ist aber dasselbe. Passt ein zehn Zentimeter langes Messinstrument achtmal in die Länge des Holzbalkens, ist dieser acht mal zehn Zentimeter, also 80 Zentimeter lang. Ganz analog kann man übrigens bei der Flächenmessung vorgehen, indem man die Fläche mit einer kleineren Messfläche, unserem Flächenmessinstrument, auslegt. Passt diese ein Quadratmeter große Messfläche 16 mal in die zu messende Fläche ist diese 16 Quadratmeter groß. Und ganz gleich verfährt man auch bei der Volumensmessung. Hier füllt man ein größeres Volumen mit einem kleineren Messvolumen aus und bestimmt so beispielsweise das Volumen des großen Würfels mit acht Kubikmetern. Auf dieses Messprinzip kommen wir etwas später gleich noch einmal zu sprechen. Zuerst widmen wir uns aber einen zweiten zentralen Aspekt, den Stützpunkten. Hierbei geht es um Größenvorstellungen von Alltagsobjekten, mit deren Hilfe man Schätzaufgaben lösen kann. Ein konkretes Beispiel ist die Schätzung der Raumhöhe. Als Stützpunkt kann man hier für das Wissen dienen, dass eine Tür standardmäßig eine Höhe von zwei Metern hat. Führt man mit diesem Stützpunkt als Maßeinheit eine Abschätzung durch, so findet man, dass die Tür einmal ganz und dann wohl nicht mehr ganz zur Hälfte in die Höhe des Raumes passen würde. Für die Raumhöhe erhält man so einen Wert von circa zwei Metern und siebzig Zentimetern. Um Schätzaufgaben nun gut lösen zu können, ist es also essentiell, möglichst viele dieser Stützpunkte zu besitzen. Diese Stützpunkte sind allerdings etwas sehr Individuelles. Jeder besitzt andere, da es sich dabei vor allem um Alltagsobjekte der einzelnen Personen handelt. Der Eiffelturm mag zwar ein schöner Stützpunkt für ein etwa 300 Meter hohes Bauwerk sein, wohnt man aber nicht gerade in Paris ist er wohl kaum ein Stützpunkt, den man oft vor Augen hat und an dem man sich gut orientieren kann. Für eine kleine Selbsteinschätzung, wie es um eure Stützpunkte bestellt ist, habe ich ein kleines Quiz mit Alltagsgegenstand zusammengestellt. Beginnen wir bei der Länge. Was glaubt ihr, wie lang ist ein Auto durchschnittlich? Es sind vier Meter und vierzig Zentimeter. Ein weiterer Alltagsgegenstand, auch wenn man sich zugegeben mehr über seinen Wert Gedanken macht, als über seine Fläche, ist der 50-Euro-Schein. Was schätzt ihr, wie groß ist seine Fläche? Es sind 108 Quadratzentimeter, also ziemlich genau ein Quadratdezimeter. Aus ökologischer und auch ökonomischer Sicht ist diese Quizfrage zum Volumen interessant. Was denkt ihr, wie viel Liter Wasser verbraucht man pro Minute beim Duschen mit einem normalen Duschkopf? Es sind durchschnittlich zwölf Liter Wasser, die pro Minute aus einem Duschkopf kommen. Den Massenmaßen begegnen wir sehr oft bei Zutaten in der Küche. In Rezepten wird zwar meist direkt die Anzahl an Eiern angegeben, aber wie schwer ist ein Ei der Klasse M eigentlich? Es sind 60 Gramm. Weil wir schon in der Küche waren, passt auch die folgende Frage gut zur Größe Zeit. Wie lange dauert es, einen Liter Wasser in einem Wasserkocher mit etwa 2000 Watt zum Kochen zu bringen? Es sind drei Minuten, die man warten muss, bis das Wasser kocht. Zumindest, wenn der Wasserkocher noch nicht komplett verkalkt ist. Zum Schluss noch zu der Größe, mit der wir es im Alltag wohl am meisten zu tun haben, über die aber wenig gesprochen wird. Das Geld. Was meint ihr, wie hoch war das Bruttojahreseinkommen von Vollzeitbeschäftigten in Österreich im Jahr 2020 ungefähr? Gefragte sie das Medianeinkommen, also dasjenige, das genau in der Mitte der Einkommen liegt. Die Antwort wäre aber auch die gleiche, würde man hier nach dem mittleren Einkommen und nicht dem Medianeinkommen fragen. Es sind 44.400 Euro brutto, also vor Sozialabgaben und Steuern. Beachte allerdings, dass hier nur Einkommen von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt wurde. Betrachten wir die Maße nun noch aus einer abstrakteren, mathematischeren Sicht anhand der Größefläche. Schon in der elementaren Schulmathematik lernt man, gewissen Teilmengen der Ebene, die man Flächen nennt, Zahlen als ihren Flächeninhalt zuzuordnen. In der Grundschule zum Beispiel beschäftigt man sich mit Rechtecken und wie man ihre Fläche berechnet. Wie bereits hergeleitet, findet man diese über das Auslegen des Rechtecks mit kleineren Einheitsmessflächen. Passen insgesamt a mal b Einheitsflächen in das Rechteck, so hat dieses eine Fläche von a mal b. Halten wir es nun mit Galileo Galilei, der forderte, alles zu messen, was messbar ist, und messbar zu machen, was noch nicht messbar ist, und schauen uns exemplarisch an, wie man andere, kompliziertere Flächen berechnen kann. Die Grundidee bei der folgenden grafischen Herleitung der Flächenformel ist, dass gegebene Flächen auf Rechtecke umzuformen sind, deren Flächenformel wir soeben hergeleitet haben. Die Fläche eines Deltoids mit den Diagonalen e und f erhält man durch Konstruktion eines Rechtecks mit den Seiten e und f, das genau den doppelten Flächeninhalt des Deltoids hat. Für die Fläche des Deltoids findet man folglich e mal f, halbe. Komplizierter wird die Umformung auf ein Rechteck bei einem Trapez mit der Höhe h und den sich parallel gegenüberliegenden Seiten a und c. In einem ersten Schritt bildet man ein Parallelogramm durch Verdoppelung des Trapez, aus dem in einem zweiten Schritt ein Rechteck mit den Seiten h und a plus c geformt werden kann, das dann doppelt so groß ist wie das ursprüngliche Trapez. Für dieses findet man somit die Fläche a plus c mal h halbe. Auch aus einem Dreieck kann man durch Verdoppelung ein Rechteck mit den Seiten c und hc mit dem doppelten Flächeninhalt erhalten. So kommt man auf die Flächenformel c mal hc halbe für ein Dreieck. Und auch kompliziertere Flächen können wir berechnen. Für jedes Vieleck, auch Polygon genannt, kann man die Fläche finden, indem man es in Dreiecke unterteilt. Ein Verfahren, das Triangulation heißt. Kommen wir als nächstes zum Kreis. Anschaulich lässt sich seine Flächenformel herleiten, indem man seine Fläche in viele kleine Kreissegmente, die an Pizzastücke innen unterteilt und diese neu anordnet. In je mehr kleine Kreissegmente man diesen Kreis unterteilt, desto mehr ähnelt die so erhaltene Figur ein Parallelogramm, dass man wieder auf ein Rechteck umformen kann. Die Seiten des Rechtecks entsprechen dem halben Kreisumfang des ursprünglichen Kreises und dem Radius, wodurch man die Formel r² mal Pi für seine Fläche findet. Wir können also die Fläche von Rechtecken, Dreiecken und Kreisen berechnen. Wie kann man aber die Fläche irgendeiner Figur, also irgendeiner beliebigen Punktmenge in der Ebene berechnen? Eine Idee ist, die Fläche mit kleineren, sich nicht überschneidenden Rechtecken zu überdecken, die alle innerhalb der zu messenden Figur liegen. Es ist anschaulich klar, dass die so berechnete Fläche sicherlich kleiner ist als die gesuchte. Das gleiche macht man nun wieder von der anderen Seite. Das heißt, man überdeckt die zu messende Figur wieder mit sich nicht überschneidenden Rechtecken, welche die zu messende Figur alle überragen und findet so eine Fläche, die anschaulich größer ist als die gesuchte. Wir haben damit eine Untergrenze und eine Obergrenze für die Fläche der Figur gefunden. Diese beiden Näherungen waren nur sehr grobe Abschätzungen. Durch feinere Unterteilung kann man sich die wahren Flächen der Figur noch wesentlich besser von beiden Seiten her annähern. Bildet man nun immer kleinere Konstruktionen für die Rechtecke, die komplett in der Figur liegen und nimmt die größte so gefundene Fläche und vergleicht diese mit der kleinsten Fläche, die man mit immer kleineren Konstruktionen von Rechtecken findet, in denen die Figur immer komplett drin liegt und stimmen diese beiden so gefundenen Flächen überein, so ist das die Fläche dieser Figur. Und damit haben wir schon den Bogen zur Integralrechnung gespannt. Die Berechnung der Fläche unter einer Funktion geschieht genau nach dem gleichen Prinzip. Man unterteilt die x-Achse in kleine Intervalle und konstruiert nun in jedem Intervall ein kleines Rechteck mit der Fläche Intervallbreite mal niedrigsten Funktionswert im Intervall. Hier in unserem Fall wäre das die Intervallbreite 1 mal Funktionswert an der Stelle 0, also f von 0. Berechnet man so die Summe der Flächen der kleinen Rechtecke, die alle sicherlich unter der Kurve liegen, findet man eine untere Grenze für die Fläche unter dem Integral. Bildet man in einem zweiten Schritt dann die kleinen Rechtecke, die alle sicherlich über der Kurve liegen, findet man wieder eine obere Grenze für die Fläche unter dem Integral. Verfeinert man schließlich diese Unterteilungen immer mehr und stimmen die so gefundenen Flächen für die Untergrenze und die Obergrenze der Fläche unter dem Integral schließlich überein, hat man die Fläche berechnet. Für die echten Mathe-Begeisterten unter euch gibt es jetzt noch einen kleinen Ausblick über die Schulmathe-Nartik hinaus. Machen wir vorab einen kurzen Exkurs. Pissea haben wir die Flächen in der reellen Zahlenebene RxR betrachtet. Anstatt nun aber weiterhin die Fläche auf der ganzen reellen Zahlenebene zu definieren, betrachten wir nur noch Punkte, die sich durch reine rationale Zahlen, also Bruchzahlen, beschreiben lassen. Wir befinden uns also in der Ebene der rationalen Zahlen QxQ. Zur Erinnerung, es gibt unendlich viele Bruchzahlen und diese sind auch dicht auf dem Zahlenstrahl, was anschaulich bedeutet, dass jeder Punkt auf der Zahlengerade beliebig genau durch rationale Zahlen angenähert werden kann. Schauen wir uns nun die Sache mit der Flächenberechnung noch einmal genauer an. Kommen wir dazu zurück zu unserer allgemeinen Figur von vorhin, betrachten nun in ihr allerdings nur noch diejenigen Punkte mit rationalen Koordinaten. Das sind immer noch unendlich viele dicht liegende Punkte. Also zum Beispiel liegt der Punkt 2,5 3,5 in der Figur. Genauso wie der Punkt 4,3 und 5,5 3,5. Nicht aber der Punkt mit den Koordinaten 6 und Pi, weil Pi ja keine rationale Zahl ist. Oder der Punkt mit den Koordinaten Pi und 4,1. Um hier nur 2 der unendlich vielen Punkte zu nennen, die nun im Vergleich zuvorhin nicht mehr in der Figur sind. Wie groß ist nun diese Fläche? Als Obergrenze können wir schnell die vorhin gefundene verwenden. Die hier gesuchte Fläche ist sicherlich kleiner als 30. Um eine untere Grenze zu finden, versuchen wir nun wieder kleine Rechtecke einzuzeichnen, die zur Gänze innerhalb der Figur liegen. Zum Beispiel das vorhin verwendete Quadrat mit der Fläche 4 um den Punkt 4,3. Wenn dieses Quadrat zur Gänze innerhalb der Figur liegen soll, darf es keine Punkte mit irrationalen Koordinaten enthalten. Allerdings ist ein solcher Punkt schnell gefunden und das Quadrat liegt damit nicht zur Gänze innerhalb der Figur. Wir müssen also ein kleineres Quadrat einzeichnen, sehen aber gleich, dass auch in dieser Fläche ein Punkt mit irrationalen Koordinaten gefunden werden kann. Und das geht immer so weiter, ganz egal wie klein wir unser Quadrat auch machen. Mit anderen Worten, wir werden als größte untere Grenze für die Fläche immer 0 finden, weil wir kein noch so kleines Quadrat einzeichnen können, das gänzlich in der Figur liegt. Unser bisheriges Verfahren zur Flächenberechnung ist folglich gescheitert. Und damit fängt die moderne Mathematik an. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass Größen und Einheiten allgegenwärtig in unserem Alltag sind und dass ein tieferes Verständnis von Messprozessen, wie man es bereits in der Volksschule erwirbt, immer wieder in der Mathematik bis weit über die Schulmathematik hinaus hohe Relevanz hat. Ja, vielen Dank für die sehr anschaulichen Beispiele und sehr spannenden Messgrößen, die uns eigentlich täglich begegnen. Ich hätte gleich eine Frage zum letzten Beispiel, nämlich die Frage, die mich interessiert ist, wie groß ist nun die Fläche der Figur und wie kann man sie auch genau berechnen? Also das ist sicher eine eher anspruchsvollere Frage. Ich werde sie nicht im vollen Umfang zu erörtern, aber ich kann gleich sagen, die Fläche selbst ist null und genauer hat sich das angeschaut ein Herr Lebeck, der sich Gedanken darüber gemacht hat, was hinter der Maßtheorie in Wirklichkeit steckt. Und der hat eben herausgefunden, dass das Maß auf rationalen Zahlen immer null ist. Das heißt, wenn Sie irgendwas haben, was Sie auf rationalen Zahlen abmessen, ist die Lösung immer null. Im Vergleich dazu, wenn Sie auf den reellen Zahlen etwas abmessen, wo Sie wirklich die Fläche nachher berechnen könnten. Okay, ja, danke. Vielleicht ein paar andere einfachere Fragen, die mir beim Vortrag auch eingefallen sind. Das eine betrifft das Urkilogramm. Da wurde gesagt, dass das zwar marginal, aber doch leichter geworden ist. Das klingt sehr spannend. Wie hat man das herausgefunden, dass das jetzt plötzlich leichter ist, das Urkilogramm? Ja, also das war genau die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie ich recherchiert habe dazu einmal. Also wie kommt man überhaupt drauf? Es gibt mehr als nur einen von diesen Urkilogramm-Prototypen. In Paris selbst liegen bereits drei und auf der ganzen Welt sind mehrere verteilt. Und alle 50 Jahre kommen die auch wieder zusammen in Paris und werden gegeneinander abgewogen. Und dabei kann man eben Differenzen feststellen. Dieser 50 Mikrogramm-Unterschied entsprechen übrigens, um jetzt auch einen Stützpunkt zu nehmen, eine Größenvorstellung, wie schwer die 50 Mikrogramm sind, dem, was man dem Fettrückstand mit einem Daumenabdruck hinterlassen würde. Also das wäre es. Aber es ist ja leichter geworden, 50 Mikrogramm und nicht schwerer. Und eine mögliche Erklärung könnte sein, dass es dadurch entstanden ist, dass dieser Zylinder wirklich zu oft geputzt wurde und dadurch immer wieder etwas abgerieben wurde, das sich im Laufe der gut 100 Jahre auch zu diesen 50 Mikrogramm zusammen angehäuft hat. Von diesen mehreren Urkilogramm-Prototypen, die auf der Welt verteilt sind, sind aber nicht alle leichter geworden. Also es gibt auch einige, die sind schwerer geworden. Die wurden vielleicht zu wenig geputzt. Also es ist nicht ganz leicht herauszufinden, warum das so ist. Es ist, um dann auch etwas ergänzend dazu zu sagen, ich habe ja das auch im Vortrag gesagt, in Amerika zum Beispiel gibt es hier nach wie vor nicht das SI. Das heißt, die haben nicht das Kilogramm, sondern haben das Pfund. Und man könnte an der Stelle glauben, dass die Amerikaner sich dann denken, ja passt gut, unser Pfund hat nicht das Problem. Aber das Pfund in Amerika ist auch über unser Urkilogramm definiert. Also die hatten genau das gleiche Problem wie wir. Vielleicht bleiben wir beim Urkilogramm. Da wurde ja erwähnt, dass mittlerweile eine Siliziumkugel das Maß der Dinge sozusagen ist. Die Frage, die sich mir stellt ist, was ist der Vorteil, wenn ich eine Siliziumkugel anstelle eines Zylinders nehme? Also im ersten Moment denkt man sich, es ist ja kaum besser entweder dieser Platin-Iridium-Zylinder oder dann die Siliziumkugel. Aber der Vorteil besteht darin, dass man den genauen Prozess, diese Siliziumkugel herzustellen, beschreiben kann. Und so zumindest theoretisch jeder relativ einfach dieser Kugel nachbauen könnte. Das heißt, man weiß, man braucht hochreines Silizium. Das kann man kaufen auf dem Weltmarkt, ist etwas teuer. Man braucht ein bisschen mehr als einen Kilogramm. Man möchte es ja zu einer Kugel formen, kostet dann gut zwei Millionen Euro. Und kann dann in einem aufwändigen Prozess, aber unter Laborbedingungen daraus eine Kugel formen, die eben genau diesen besagten Durchmesser von vorher hat und hat somit wieder ein 1 Kilogramm Prototypen hergestellt. Und das geht eben bei der Kopie des Urkilogramms nicht, weil man den nicht einfach so eins zu eins nachbauen kann. Bei der Siliziumkugel hingegen ist das zumindest theoretisch möglich, dass das jeder wieder nachmachen kann. Das ist ja genau die Idee, die man bei allen Größen und Maßen hatte, dass man Messvorschriften, ein physikalisches Experiment im Grunde definiert, das jeder durchführen kann im Labor und so wieder zeit- und ortsunabhängig die jeweilige Größe wie eben hier den 1 Kilogramm herzustellen. Gut, also keine Option, eine Siliziumkugel in mein Wohnzimmer zu stellen. Man müsste die 2 Billionen auf den Tisch legen, habe ich jetzt gelernt. Noch eine Frage, die mich interessieren würde, ist, warum ist das Uhrmeter eigentlich 102 Zentimeter lang und nicht 100 Zentimeter lang? Ja, genau. Es gibt mehrere Typen von diesem Uhrmeter, muss man dazu sagen. Das allererste Uhrmeter war wirklich genau einen Meter lang. Und man ist dann im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass, ich habe es im Video auch kurz angesprochen, Schwierigkeiten bestehen, Kopien herzustellen, wenn man das immer wirklich von Endpunkt zu Endpunkt genau machen muss. Und deswegen ist dieser Metallstab, der das Uhrmeter jetzt ist in Paris, eben 102 Zentimeter lang, hat dann aber auf beiden Enden feine Striche und man kann mit diesem Strichmaß sehr viel leichter Kopien herstellen, als das beim ganzen Maßstab gewesen wäre. Und genau deswegen ist der 102 Zentimeter lang. Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Zuseherinnen und Zuseher, das war wieder eine sehr spannende Folge unserer Reihe Mathematik anwenden und verstehen, heute mit Messgrößen im Alltag. Sehr anschaulich und ich selbst nehme mit, allein im Vortrag der 20 Minuten, wie viele verschiedene Messgrößen erläutert worden sind, wie allgegenwärtig das Thema Messgrößen ist, obwohl man ab und zu vielleicht ein bisschen gedankenlos auch mit dem Thema umgeht. Ja, ich darf mich herzlich bedanken bei Professor Robert Schüttke von PPH Augustinum für den heutigen Beitrag Größen im Alltag und ich darf Sie, liebe Zuschauer, einladen bei weiteren Folgen Mathematik verstehen und anwenden wieder dabei zu sein. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Buona Liquid. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020